In Sersavini auf der Cannststraße, bitte. Hallo Muriel, willkommen on board. This is your show trip. Here's your first question. Which three things do you love most about your job? Was ich am meisten an meinem Job liebe, ist, neue Orte kennenzulernen, diese zu verstehen und dann zum Leben zu erwecken. Außerdem das Reisen und auf diesen Reisen so viele unterschiedliche, vielfältige, tolle Menschen kennenzulernen. What goal would you like to achieve this year? Auf beruflicher Ebene gibt es zwei neue Öffnungen. Einmal das Sir Nicolai in Hamburg und dann das Sir Juan auf Ibiza. Zwei wundervolle Projekte, ganz unterschiedlich und diese zum Leben zu erwecken und mit Geschichten zu füllen, tollen Geschichten, erzählbaren Geschichten zu füllen. Auf privater Ebene steht ein Bauchtanzkurs mit meiner Tochter Mila ganz oben auf der Liste. How do you get back on your feet after a setback? Rückschläge versuche ich als Chance auf Veränderung zu begreifen und Veränderung ist so wichtig, sonst wird das Leben statisch und dann wird es auch langweilig. And here's the last question. No risk, no reward? Or does slow and steady win the race? Das hat durchaus beides Berechtigung in meinem Leben und kommt ganz auf die Lebenssituation an. We have now reached your destination. Have a great day!